Seid ihr den Stuhl? Zeige. Ja, also der muss nur... Genau, ein Pups aushacken. Warte mal. Und langsame... Warte mal, noch nicht. Okay, die können das. Das ist nur zwischendurch. Wechselkriegen. Cool! Danke dir. Boah, da ist die Behnung. Oder eben nicht. Du spürst das zumindest schon. Jetzt weiß ich, was das Erreiten heißt.